Moins und zusammen, was geht ab? Auf YouTube wurde kürzlich eine neue Funktion gesichtet, die YouTube derzeit wohl testet. Und zwar handelt es sich dabei um Live-Views. Das Ganze kennen wir natürlich schon von Live-Streams, da wird immer angezeigt, wie viele Zuschauer gerade den Live-Stream verfolgen. Für normale Videos gab es das Ganze bisher allerdings noch nicht, aber genau das soll YouTube derzeit testen. Der Google Watch Blog hat dazu einen echt interessanten Artikel geschrieben, wo es noch einige Screenshots zu dem Ganzen gibt. Habe ich euch natürlich verlinkt unten in der Videobeschreibung. Die Live-View-Funktionen sehen derzeit tatsächlich nur wenige Nutzer und das Ganze wurde von YouTube bisher auch noch nicht bestätigt. Kann also noch eine ganze Weile dauern, bis diese Funktion wirklich für alle User freigegeben wird. Beziehungsweise bei YouTube weiß man ja immer nicht so genau, denn es werden viele Funktionen getestet, die am Ende nicht das Licht der Welt erblicken. Ob diese Funktion dazu gehören wird, das steht natürlich noch in den Sternen. Die Live-Views sind auf jeden Fall ein interessantes Feature, was ganz gut zeigt, ob ein Video gerade im Trend ist und oft gesehen wird oder ob der Hype schon wieder vorbei ist. Ich frage mich gerade nur, will ich wirklich, dass jeder sehen kann, wie mein Video gerade performt? Die Funktion bringt natürlich sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Lasst uns mal in den Kommentaren diskutieren, wie wir alle so zu dieser Funktion stehen und ob das Ganze Zukunft hat. Ich bin sehr gespannt auf eure ganzen Ansichten dazu. Wenn euch dieses Thema gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr weitere YouTube-News und News zum Thema Web-Video sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein. Peace and out. Bis dahin, haut rein. 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 Bis dahin, haut rein.